Ich hab wohl keine Wahl. Ist das einer der Rebellen? Es gibt irgendwo einen Zugang. Eine Schlange mit einem silbernen Auge. Ich bin auf der richtigen Spur. Ja, da durch. Der Geruch wird immer stärker. Clara, wie läuft's? Jonah, hier ist noch eine Schlange mit einem silbernen Auge. Ich muss dicht dran sein. Ich rede mit Ujo über Tattoos. Über Tattoos? Ja, du hast auch Honoratus gesehen, oder? Es zeigt ein Reier und eine Eklipse. Das könnte mit der Schatulle zusammenhängen. Glaube ich nicht. Sieht aus, als wär's der einzige Weg, okay? Ich muss die Barriere zerstören. Mit dem Hebel kann ich das Becken füllen. Voller Öl und Blut. Die Pfütze könnte brennbar sein. Die Barriere ist unten. Ich muss weitergehen. Ist das so eine Art Adalas-Kammer? Ich muss die Kanäle ausrichten, um das Becken vor dem Tor zu füllen. Ich muss die Kanäle ausrichten, um das Becken vor dem Tor zu füllen. Es müssen hunderte Opfer nötig gewesen sein, um diese Kanäle mit Blut zu füllen. Ich muss die Kanäle ausrichten. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Geh! Okay, jetzt muss die Barriere runter. Brennendes Öl könnte die Barriere zerstören. Und jetzt zur Schatulle. Eine Schlange. Das ist das Teil, das Trinity noch fehlt. Das ist das Teil, das ist das Teil, das ist das Teil. Erzli. Hier ist der kleine Bärnprinz. Erzli! Verrüh, schnapp dich! 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 Hey Lara, falls möglich geh zurück. Ucho muss dich etwas fragen. Einen gefallen glaub ich. Okay, ich komm zurück so schnell ich kann. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Uchu? Wirklich? Was ist passiert? Ich sollte nicht ratschen, aber er und Kabil haben sich gestritten. Sie haben geflüstert, aber man konnte sehen, dass sie immer wütender wurden. Ich bin nicht mehr. Oh, ich will die Schmänner! Onuratu! Sie haben Etzli gefangen. Ich weiß. Sie halten ihn in der Kaserne fest. Wir überlegen, wie wir ihn befreien. Ich wollte ihn holen. Es tut mir leid. Er ist ein Krieger. Was ist das? Das ist ein Schlüssel. Sieht aus, als würde er zum Bergtempel gehören. Direkt daneben halten sie Etzli gefangen. Gibt es etwa eine Verbindung zwischen der Schatulle und der Kaserne? Besetzt der Kult deswegen den Tempel? Er ist schwer bewacht. Wenn wir dort rein wollen, müssen wir unauffällig und leise sein. Gibt es einen Hintereingang? Es gab einen neben der Salzmine, aber der wird lange nicht mehr genutzt. Das ist sehr gefährlich. Ich bin mir sicher, das schaffe ich. Mag sein. Die Opfergrube hast du auch überlebt. Ich war seit meiner Kindheit nicht mehr dort. Aber soweit ich mich erinnere, liegt die Kaserne hinter einem inneren Schutzwall. Wenn ich durch den Hintereingang reinkomme, kann ich den Weg freimachen und euch reinlassen. Erst befreien wir Etzli, dann suchen wir die Schatulle. Ich rette meinen Sohn und du holst die Schatulle. Ich weiß nicht, wir versuchen nicht aufzufallen. Ich würde gehen, aber ich kann meinen Posten nicht verlassen. Die Zeit ist knapp. Es würde Königin Unurator und der Rebellion viel bedeuten. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Joana, die Mine muss hier irgendwo sein. Ucho sagt, sie liegt am Fuß des Berges. Er hat einen Rebellen geschickt, um sie zu öffnen. Danke. Endlich da. Dafür habe ich nicht genug Platz. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ich bin drin. Unurator ist eben mit Hakan aufgebrochen. Sie ist bereit, sobald du das Tor öffnest. Ich bin drin. 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 Ich bin dringend. Ich bin dringend. Ich bin dringend. ... Vielen Dank. Jonah. Wie geht's, Edsley? Gut. Sie haben ihn befreit, aber... Sie haben Unuratu. Oh nein. Ist du okay? Ja. Ich hol die Schatulle. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Tu, was du tun musst. Danke. Das Auge der Schlange. Es ist es. Das Auge der Schlange. 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 Das Auge der Schlange.